Als ich gesagt habe, in der Sekunde, als ich gesagt habe, ich lasse alles hinter mir, war das höchste Hoch, das man sich vorstellen kann. Das ist bis heute der schönste Tag meines Lebens, weil ich zum ersten Mal wusste, wie sich Freiheit anfühlt. Und wenn ich das einmal gekostet habe, es gab kein Zurück mehr. Und dann war mir Wurst, ob ich Freunde habe, ob Menschen da sind, ob sie mir helfen. Das war mir so egal, weil ich wollte nie mehr wieder zurück. Was passiert eigentlich in einer Sekte? Diese Frage habe ich heute Mia Page gestellt, denn sie ist in einer Zeugin Jehova-Sekte aufgewachsen und hat 24 Jahre lang dort nicht nur einen absoluten Brainwash erlitten, sondern wurde auch von ihrer Familie missbraucht. Und wie sie es dann trotzdem mit 24 geschafft hat, ihren damaligen zwangsverheirateten Mann zu verlassen und ihr eigenes Leben aufzubauen, darüber sprechen wir heute in diesem Jane's Story-Format. Und durch diese Story wirst du heute nicht nur was über die Zeugin Jehovas lernen, sondern auch über das Thema Selbstwert und wie man dieses auch wieder aufbaut, wenn man es nie wirklich selbst gehabt hat. Und auch über das Thema Kommunikation wird heute gesprochen, denn Mia ist eine Kommunikationstalentin, denn das ist eine Sache, die sie bei den Zeugin Jehovas schon sehr früh gelernt hat, weil da geht man ja auch von Tür zu Tür, um Leute zu überzeugen. Und wie sie diesen Skill eben auch heute nutzt, um ihren Social-Media-Auftritt zu perfektionieren, was sie selbst auch von ihren Beauty-Standards hält, wie sie das entsprechend auch mit der inneren Arbeit zusammen kombiniert, ohne dabei einen Widerspruch zu kreieren. Das und vieles mehr erfährst du heute. Es ist ein super spannendes Gespräch geworden und deswegen wünsche ich jetzt viel Spass, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Mia Page. Erstmal danke, dass du hier bist, Mia, weil ich habe mich jetzt gerade die letzten Tage ein bisschen mit dir beschäftigt, auch ein bisschen intensiver, weil ich deine Story persönlich auch sehr spannend fand. Es ist irgendwie auch gerade in meinem Hintergrund, höre ich immer dieses I'm a survivor von deinem Instagram-Reel, das du da gepostet hast, was auch nochmal so Gänsehaut auslöst. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht auch wichtig wäre, hier direkt mal bei dir und deiner Story anzufangen. Deswegen könntest du vielleicht zu Beginn den Zuhörern und mir einfach mal verraten, unter welchen Umständen du aufgewachsen bist. Damit du ein Gefühl dafür hast, ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen und viele kennen die Welt dort nicht. Man weiß, die stehen rum oder gehen von Tür zu Tür und was machen die da eigentlich? Aber ich durfte kennenlernen, was dahinter steckt und das ist auch manchmal sehr unschön gewesen. Und Teil dieser Welt, in der ich aufgewachsen bin, war, dass uns Frauen erzählt wurde, wir sind weniger wert. Die einzige Aufgabe, die wir haben, ist Mutter zu sein und Tochter zu sein, zu putzen und zu kochen und Kinder zu kriegen. Das war's. Und aus diesem Grund habe ich das gemacht. Was meine Familie mir gesagt hat, es ist das Richtige. Mir wurde erzählt, das Richtige ist, heirate so früh wie möglich einen angesehenen Mann und dann bist du fertig mit deinem Leben. Dann hast du alles erreicht. Also habe ich mit 18 geheiratet. Die Schwierigkeit war, dass die Zeit vor meiner Ehe in meiner Familie war mit Gewalt geprägt, in der Ehe ebenfalls. Und ich musste einen Ausweg finden. Und der einzige Ausweg, den ich hatte, war, alles hinzuwerfen und auf der Straße zu stehen und von dort nochmal bei Minus 10 anzufangen. Wie alt warst du, als du auf der Strasse gewesen bist? 24 Jahre alt. 24. Okay. Und wenn ich das jetzt so höre, dann höre ich so zwei Sachen heraus. Ich höre es auf der einen Seite so eine sehr, man kann auch fast schon sagen, so konservative, altmodische, traditionelle Einstellung zum Leben, was ich jetzt gar nicht exklusiv zu den Zeugen Jehovas geben würde. Also ich würde sagen, da gibt es wahrscheinlich auch andere Haushälter, in denen Mädchen heute sogar noch so erzogen werden, auch in gewissen anderen Religionen. Und dann höre ich aber auch dieses Thema Gewalt in deinem Familiensystem. Um das vielleicht jetzt auch nochmal so ein bisschen zu entschlüsseln, also worum geht es bei den Zeugen Jehovas wirklich? Also geht es da tatsächlich um einen speziellen Glauben oder gibt es dort eventuell auch noch monetäre Hintergründe? Also könntest du vielleicht uns einfach mal so kurz den Aufbau dieser Sekte und vielleicht auch den zugrunde liegenden manipulativen Strukturen und Methoden darlegen? Einfach, dass wir mal so sehen, was ist wirklich so exklusiv Zeugen Jehovas und was ist vielleicht auch mehr so, auch sonst einfach dysfunktional, allgemein. Sehr gut, ja, da hast du recht. Viele der Dinge, die ich da erlebt habe, habe ich immer mal gemerkt, dass es normal ist, auch für andere Menschen, die einfach in einer strengen Welt aufgewachsen sind. Der Unterschied ist, die Zeugen Jehovas glauben daran, dass die Welt demnächst untergeht und dass nur diejenigen überleben werden, die auch getäufte Zeugen Jehovas sind. Und davon abhängig, dass du ein guter getaufter Zeugen Jehovas bist, ist, wie viele Stunden du in den Dienst gehst, also von Tür zu Tür gehst und die Menschen rekrutierst, sagen wir es so. Es ist davon abhängig, wie oft du ihre Versammlungen besuchst, wie gut du an ihren Strukturen teilnimmst und wie viel Zeit du reinsteckst in die Organisation. Es ist ungern gesehen, wenn man Freunde außerhalb der Organisation hat. Man darf nichts lesen, was die Organisation schlecht macht und wird für die Dinge, die wir jetzt als alltäglich und normal bezeichnen, bestraft. Wie zum Beispiel einen Freund haben oder auf eine Party gehen. Das sind alles Dinge, die sie nicht gerne sehen. Das heißt, du wächst in dieser Welt auf, bei der du glaubst, alle Menschen werden dich hassen, irgendwann mal. Es wird erzählt, irgendwann kommt der Tag und dann wird alle Menschen versuchen, dich umzubringen, dich zu verfolgen und dich zu schlagen. Ich weiß noch, in den Publikationen damals wurden uns Ausschnitte aus dem KZ gezeigt und gesagt, dass wir solche Dinge auch irgendwann mal erleben werden. Das heißt, du wächst auf mit dem Bild von damals, was hart ist und glaubst, das kann mir jeden Moment auch passieren. Und das ist, was meine Freunde in der Schule, was meine Nachbarn mit mir machen werden. Das heißt, du hast dauerhaft Angst und alles ist geleitet von Angst. Und du musst ein guter Zeugen Jehovas sein, ansonsten wirst du auch sterben, wie all die anderen bösen Menschen. Ja, krass. Ja, ich kann mich erinnern, wir hatten tatsächlich auch eine Familie, mit der meine Mutter befreundet war, die auch Zeugen Jehovas war. Sie war es, ihr Mann war es nicht. Deswegen, es war nicht ganz so radikal, wie wahrscheinlich jetzt bei dir. Aber, was ich mich erinnern kann, die Kinder durften nicht zum Geburtstag kommen von mir. Also, das war so eine Ausnahme, wo ich das Gefühl hatte, so, wow, krass, der darf jetzt zu mir nicht kommen an meinem Geburtstag. Ja, das fand ich sehr heftig. Du beschäftigst dich auch super viel mit Selbstvertrauen. Würdest du sagen, im Kontext von einem Sektenmitglied, also ist es möglich, mit einem gesunden Selbstvertrauen überhaupt ein Sektenmitglied zu sein? Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, diese ganze Struktur besteht aus Manipulation, darin, dir Angst zu machen und darin zu versuchen, dass du Angst vor deinen eigenen Gedanken hast. Wenn du ein Selbstbewusstsein hast, dann weißt du, dass du nicht an den Gedanken bist und dass du schon gar nicht bestraft wirst dafür. Das heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert und ich weiß nicht, wie viel Selbstwert und Selbstbewusstsein du brauchst. Aber ich weiß, als ich es entwickelt habe, bin ich da sofort raus. Und was sind denn deiner Meinung nach die Gründe, warum sich Menschen sowas anschließen? Also vielleicht auch deine Familie, hast du die vielleicht mal gefragt? Also was war so der Grund damals? Bei meiner Familie war das, wir sind gerade aus dem Krieg gekommen. Als ich geboren wurde, herrschte Krieg in Jugoslawien und wir kamen frisch raus, mussten fliehen und waren dann in Deutschland und du bist ganz schön alleine. Zu der Zeit damals hast du nicht arbeiten dürfen, du hast aber auch kein Geld bekommen, du hast Esspakete bekommen in kleinen Wohnungen, in denen 13 Menschen wohnen und warst wie eingesperrt in deiner Wohnung, in deinem Zuhause und nicht frei. Und dann bist du an diesem Ort, wo Angst herrscht, du weißt nicht, ob deine Familie überhaupt noch lebt in Jugoslawien, weil es gibt keinen Kontakt, es gibt kein Internet, du weißt nicht, ob es sie gibt. Und dann klingelt jemand an der Tür und sagt, die ganze Welt wird bald ein Paradies sein und das Leiden wird aufhören und die Menschen werden glücklich sein. Es ist ein wundervoller Gedanke, vor allem dann, wenn du sehr weit unten bist. Und das ist, was meine Familie dazu gebracht hat. Ja, und das beantwortet dann auch direkt meine nächste Frage, die ich gehabt hätte, und zwar, ob es für gewisse Menschen überhaupt Sinn macht, ein Sektmitglied zu werden. Und ich glaube, da hast du jetzt gerade einen sehr wichtigen Punkt angeschnitten. Das ist ja diese Zugehörigkeit, dieses Gefühl von Sicherheit, dieses Gefühl, eine Identität zu kriegen, wenn man selbst vielleicht noch gar keine hat, was eben auch wieder mit mangelndem Selbstbewusstsein natürlich dahergeht. Vielleicht, um das jetzt noch so ein bisschen abzuschließen in eine andere Richtung, gibt es vielleicht paradoxerweise aus dieser ganzen Erfahrung für dich irgendwas, was sich für dich sogar positiv in deiner persönlichen Entwicklung herausgestellt hat mittlerweile? Sehr viele Sachen. Mir wurden sehr starke Werte beigebracht, natürlich auch im Negativen, aber auch im Positiven. Es gibt viele Dinge, von denen ich mich mein ganzes Leben lang ferngehalten habe, weil ich ein Bare Minimum dafür hatte, was zum Beispiel Beziehungen betrifft. Mir wurde beigebracht, du datest nur dann, wenn du auch heiraten möchtest. Das heißt, jede Person, die du kennenlernst und datest, muss die potenziellen Fragen beantworten können, die für eine Heirat nötig sind. Das heißt, du fällst gar nicht in die Falle von mal rein-raus-Beziehungen, sondern wirklich nur festen Dingen. Dann der Umgang mit Familie und Freunde. Dadurch, dass die Gemeinschaft so fest ineinander ist, bekommst du Werte mitgebracht, die sehr, sehr wichtig sind, um lange, tiefe Freundschaften zu haben, die richtigen Fragen zu stellen, Menschen wirklich kennenlernen zu wollen, weil du keine Wahl hast. Du bist mit denen zusammen. Und laut den Zeugen Jehovas halt auch immer für immer, weil das Paradies ist für immer da. Das heißt, du lebst für immer mit diesen Menschen. Das sind alles Werte, die ich bis heute behalten habe. Und natürlich das Wichtigste, was mir mitgegeben wurde, ist die Kommunikation. Und ich durfte zwar nicht viel reden als Frau, aber du wurdest geschult darin, wie du auf Menschen zugehst, wie du sie begeisterst, wie du sie überzeugst, wie du eine Idee ausdrücken kannst und dich artikulieren kannst. Das ist, was ich einmal die Woche in zwei Stunden Unterricht lernen durfte. Also das hat man dir dort beigebracht? Mhm, ja. Alle bekommen Schulungen, theokratische Schulungen darin, wie man von Tür zu Tür geht, was man natürlich am besten sagt, worüber man spricht. Also all diese Dinge wurden mir beigebracht. Ja. Ja, spannend, weil irgendwo habe ich auch diese Aussage von dir gehört, dass du sagst, dass eine verbesserte Kommunikation auch das Selbstbewusstsein deutlich steigert von dir. Man geht ja auch davon aus, dass es verbal eigentlich nur so sieben Prozent sind, die wirklich die Kommunikation hermachen und der Rest ist nonverbal. Wie würdest du denn jetzt auf diese Aussage, also wie würdest du sie in diesem Kontext bezeichnen? Was hast du dort gelernt auf der nonverbalen Ebene, was dir dieses Selbstbewusstsein vielleicht dann auch gebracht hat? Eine Sache, die sie uns beibringen, klar, es gibt die verbale Ebene und die Wörter, die wir sprechen, dann die nonverbale, unsere Handeln, Mimik, Gestik, aber es gibt auch die paraverbale Sprache. Und das ist unsere Stimmführung, unsere Stimmfarbe, wie wir Pausen einsetzen, wie schnell wir sprechen und das trägt sehr viel von den anderen Dingen und das ist, was mir am meisten beigebracht wurde. Wie du sprichst. Und bis heute könnte ich das nutzen, denn es macht einen Unterschied, vor allem für mich als Frau, ob ich auf diese Weise rede und ob ich versuche süß zu sein und nett zu klingen und dann kriege ich überhaupt keine Gehaltserhöhung, wenn ich das mache. Aber wenn ich in der Lage bin, tief zu sprechen, Punkte zu setzen, konfident zu sein in meiner Sprache, bekomme ich eher das, was ich möchte und kann mehr Menschen von meiner Idee überzeugen. Wichtig vielleicht auch hier nochmal so für die Zuhörer, das vielleicht nochmal zu differenzieren, weil ich verstehe genau, was du meinst. Ich finde das auch mit der Stimmfarbe eine interessante Geschichte. Also würde mich jetzt mal interessieren, was ich für eine Stimmfarbe habe. Vielleicht kannst du mir das auch noch sagen. Aber es ist ja auch so, dass es viele Leute gibt, die das ein bisschen missverstehen. Also die gucken sich ja dann auch so Körpersprachentechniken von erfolgreichen Menschen ab oder imitieren zum Teil auch gewisse Sachen. Also wie wurde dir das beigebracht? Also wie konntest du daraus wirklich auch dein persönliches Selbstbewusstsein schmieden? Dir wird beigebracht, dein Gegenüber zu lesen, zu verstehen, was er sagen möchte und was er hören möchte. Damals wurde mir das gezeigt, damit ich anderen Menschen in diese Gemeinschaft mit reinbringen kann. Heute verstehe ich, dass ich es nutzen kann für mich alleine, weil es macht für mich einen Unterschied, wie ich mich gebe, wie ich stehe, wie ich sitze, ob ich gerade sitze oder nicht. Das macht für mich einen Unterschied. Wir scheißen mal auf alle anderen Menschen. Es gibt einen Unterschied bei mir, wenn ich sage, oh mein Gott, es tut mir leid, dass ich so viel rede. Oder sage, hey, danke, dass du mir zuhörst. Das bedeutet mir sehr viel. Klar, bei deinem Gegenüber kommt was an, aber am meisten kommt bei dir an. Und mit unserer Sprache machen wir uns so leicht komplett selbstfertig. Uns komplett selbst unter. Wir reden uns meistens selbst schlecht, mehr als andere Menschen uns schlecht reden. Und da fängt es an. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch bei der Sprache beginnen und schauen, was mache ich da unterbewusst jeden einzelnen Tag, was mich selbst schlechter fühlen lässt. Und eigentlich ist es voll Quatsch, aber ich mache es trotzdem und ab sofort ändere ich das. Wie gehst du denn vor, wenn Menschen mit dir sprechen und du merkst, dass sie gerade nicht real sind? Also wenn zum Beispiel eine Person eigentlich eine ganz andere Absicht hat und du spürst es, sprichst du das offen an oder bist du da eher so, dass du sagst, muss nichts mit mir zu tun haben, lasse ich ihr so, wie sie ist? Ich bin ein Fan von Lassen. Es gibt einen Grund, warum die Person gerade nicht so weit geht, wie sie möchte oder wie sie könnte. Es ist auch sehr oft so, dass wir das Potenzial von Menschen sehen können, sie selbst aber einfach noch nicht. Und irgendwann mal, wenn sie so weit sind, dann sind sie so weit, aber wir können nichts dran ändern. Das heißt, wir nehmen die Person bedingungslos, so wie sie gerade ist. Auch wenn es mal ein Ego dazwischen ist oder was unauthentisches oder du merkst, okay, eigentlich will sie was verdecken, was ihr unangenehm ist. That's okay. Wir sind alle so. Wir sind alle Menschen. Und das Schöne ist, dass wir uns ja dankbar annehmen können, vor allem dann, wenn es uns auffällt. Weil das Wichtigste ist, dass es uns auffällt. Nicht, dass wir uns gegenseitig ändern. Was hast du mit Erfahrungen gemacht mit Menschen? Weil du trittst ja schon sehr selbstbewusst auf als Frau. Das hast du vorhin ja auch gesagt, dass du die Pausen machst, dass du dich entsprechend auch sehr bewusst zeigst und gibst. Hast du auch schon die Erfahrung gemacht? Weil ich kenne das aus mir, aus meiner persönlichen Erfahrung, dass es manchmal auch Menschen gibt, die dann gar nicht erst richtig in der Lage sind, echt mit dir zu kommunizieren. Also die dann vielleicht auch dir nicht das sagen, was sie glauben oder ein Nein gar nicht erst aussprechen, obwohl es eigentlich bei ihnen ein Nein ist. Weil dort finde ich es zum Teil dann auch schwer, wenn es Menschen sind, mit denen ich zum Beispiel arbeite oder mit denen ich irgendwie in einer Beziehung bin, da nichts zu sagen. Sondern da, wenn es mir dann auffällt, zu sagen, ist es wirklich so? Willst du das wirklich tun? Also wie gehst du da vor in solchen Momenten? Ich weiß, was du meinst. Häufig, und das hast du sicher auch schon erlebt, ist, wenn du sagst, ich bin Kommunikationscoach und Trainer und Gesichtslesen und so weiter, dass Menschen erstmal verkrampfen und ganz komisch werden, weil sie glauben, du liest ihre Gedanken während sie sprechen. Was am meisten hilft, ist wieder mal ein Kommunikationstrick und zwar den Ich-Fühle-Trick. Das heißt, nicht zu sagen, hey, du bist komisch, was ist da los? Sondern, ich habe das Gefühl, dass da noch mehr dahinter steckt. Was möchtest du mir sagen? Dass die Person nicht das Gefühl hat, sie wird jetzt von oben auf den Kopf gehauen, sondern das Gefühl hat, hey, hier ist eine offene Tür und wenn du möchtest, kannst du durch diese Tür reinkommen. That's it. That's all. Was wieder komponent ist. Weil zu sagen, hey, ich merke, du lügst mich an oder irgendwas stimmt bei dir nicht, ist, ja, unser Ego, was sich getriggert fühlt. Wenn wir aber sagen, hey, ich habe das Gefühl, da fehlt noch etwas, du möchtest mir noch was sagen, irgendwas ist dir auf dem Herzen, rede mit mir, ich bin für dich da. Und dann merken wir schon, hey, die Person öffnet sich oder sagt, ja, eigentlich ist da noch was. Und wenn die Person in dem Moment Nein sagt, dann ist es so. Punkt. Wir können es nicht erzwingen, wir können nicht zwingen, Menschen offen zu kommunizieren. Das ist ihr Ding. Das Einzige, was wir machen können, ist, die Tür ist offen. Talk to me. Mehr nicht. Oder dann halt auch einfach ganz bewusst vielleicht irgendwo eine Grenze ziehen mit gewissen Menschen, weil es ja halt auch für uns wichtig ist, Menschen in unserer Nähe zu haben, die uns ehrlich spiegeln wollen, oder? Weil sonst sind wir ja auch susceptible auf Englisch, so ein bisschen, also dann werden wir ja auch sehr schnell, also ich weiss ja dann gar nicht mehr, woran bin ich mit einer Person und das macht mich ja persönlich auch nicht wirklich besser als Mensch, wenn du das Ziel hast, da selbst sich auch weiterzuentwickeln. Ich würde gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen, weil ich stelle mir das halt gerade so vor. Mia, 24, auf der Strasse, wie du gesagt hast, so ohne Geld, ohne Job, ohne Selbstvertrauen vor allem auch, also auch so dieses Real, das ich von dir gesehen habe, dass man dir da wirklich auch eingeredet hat über dein ganzes Leben. Hey, du bist nichts wert, du hast nichts zu sagen, hey, mach einfach dein Ding. Es ist für mich so ein bisschen, weil ich mich ja auch mit Psychologie beschäftige, es ist so ein Rätsel oder fast schon so ein Wunder, wie du es da rausgeschafft hast, weil Entrainment auf Englisch, das ist ja etwas, das massiert sich in dein Unterbewusstsein ein. Also dieser innere Kritiker, den du wahrscheinlich auch heute noch kennst, der kann dich ja wirklich massiv sabotieren. Deswegen würde mich einfach interessieren, wie verlief dieser Ausstieg danach, also ohne diese ganzen Sachen. Also wie hast du es geschafft, diese ganzen negativen Glaubenssätze, ich würde mal nicht sagen zu besiegen, aber mit denen zu leben und trotzdem dein Ding durchzuziehen? Ja, es ist eine sehr gute Frage, denn ich habe damals kein Buch gelesen. Ich hatte keinen Coach oder Mentor. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Bücher gibt, die dir helfen können bei solchen Dingen. Ich wusste gar nicht, dass es existiert. Das heißt, was mir zuallererst geholfen hat, war eine Geschichte, die ich lange vor meinem Ausstieg gehört habe. Das war eine Oma. Sie lag mit mir im Krankenhaus. Ich habe damals ein Kind verloren und sie hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Und ihre Lebensgeschichte bestand daraus, dass sie geheiratet hat und einen Sohn hatte und dann ist ihr Mann fremdgegangen. Sie war über 90, als ich mit ihr gesprochen habe. Und sie hat mir gesagt, damals ist sie in ihr Dorf gegangen und hat sich dafür entschieden, sich scheiden zu lassen. Etwas, das man niemals getan hatte. Sie war die Einzige in der ganzen Stadt, die sich hat von ihrem Mann scheiden lassen. Und das ganze Dorf ist gegen sie gegangen. Alle haben über sie gelästert, ihr Steine in den Weg gelegt. Aber sie wusste, sie will das durchziehen und sie macht das und es wird gut, weil sie für sich einsteht. Und ihr war egal, was kommt. Dazu muss man wissen, wenn man bei den Zeugen Jehovas austritt, alle Menschen, die man vorher kannte, müssen einen behandeln, als wäre man tot. Sie dürfen nicht mehr Hallo sagen, sie wechseln die Straßenseite, wenn sie dich sehen. Das heißt, mein Preis, mich scheiden zu lassen, zu gehen, war so ähnlich wie der von dieser Oma. Und dann saß diese Oma da, confident as fuck, hat mir erzählt, wie geil ihr ganzes Leben ablief und dass es überhaupt nicht schlimm war und dass es gut war und dass es das Beste ist, was sie jemals getan hat. Und das war so mein erster Ping, es gibt eine andere Welt. anscheinend ist das, was mir erzählt wurde, nicht normal, nicht das, was sein muss. Und ab diesem Tag habe ich all die Dinge, die mir erzählt wurden, in Frage gestellt. Und das ist die Sache, die mir bis heute geblieben ist und mir am meisten hilft. Jeden einzelnen Gedanken stelle ich in Frage. Egal, was mir jemand sagt, ich stelle es in Frage. Es ist immer die Frage, aber was, wenn nicht? Oder was, wenn doch? Was, wenn ich es machen würde? Und dann probiere ich es aus. Und das ist nochmal ein Schritt wichtiger. Wenn mir jemand sagt, hey, mir, das da funktioniert nicht. Ich habe das gehört von einem Kollegen, Cousin von dem Bruder. Oh, dann probiere ich das aus. Und ich entscheide, funktioniert das oder nicht. Und das war mein erster Moment, wo ich gesagt habe, ab heute fühle ich, sehe ich, spüre ich am eigenen Leib und entscheide dann. Weil es hat mir irgendwann gereicht. ich musste einfach loslassen. Ich musste nicht nur loslassen, ich hatte dieses Bäh. Also wenn du irgendwas auf dir setzt und du willst es einfach runterhaben, von dir schmeißen und das nervt dich. Und ich habe, das Erste, was mich richtig angekotzt hat, war die Meinung von anderen. Das habe ich weggeworfen. Dann eine Schicht nach dem anderen, die Maske, die mir aufgesetzt wurde, einfach wegwerfen. Dann der Glaube, man könnte alle glücklich machen. Es hat mich so angekotzt, zu hoffen, ich könnte jeden glücklich machen. Weg damit. All diese Dinge habe ich Stück für Stück losgelassen und das war auch mein erster Schritt, meine Ankotzliste. Es gab so viele Dinge, die mich in meinem Leben angekotzt haben, dass ich mir gedacht habe, egal was ich jetzt danach mache, das wird besser, kann nicht mehr schlimmer werden. Das heißt, was mir am meisten geholfen hat, war immer der Gedanke, hinterfragen. Stimmt das? Ist das echt? Und so wächst du. Weil ich habe erst mal hinterfragt, was andere Menschen mir erzählen und dann habe ich hinterfragt, was ich mir selbst erzähle. Und das ist so der Schlüssel zu allem. Wenn du deine eigenen Gedanken hinterfragst und deine eigenen Glaubenssätze, boom! Ja, genau. Das ist auch bei mir, meiner persönlichen Geschichte, der erste Step auf jeden Fall gewesen. Und für mich auch, wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, für jeden Menschen, der sich in dieser Situation befindet, der erste Schritt, so reflektieren, sich bewusst werden und trotzdem, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil du hast jetzt gerade gesagt, alles in Frage stellen, das ist grundsätzlich so mein Leben, das ist Jane is life, so hey, ich stelle alles einmal in Frage, weil dann weiß ich ja entsprechend dann auch, was wirklich echt für mich ist und das hat natürlich dann eben auch so diesen Charakter, an dem ich jetzt mit 32 immer noch bin, wo ich das Gefühl habe, hey, ich kann immer noch alles in Frage stellen, aber irgendwann muss ich ja dann auch mal für mich ein paar Sachen als echt betiteln und mich würde es interessieren, Mia, was bei dir da bisher so übrig geblieben ist, also von den ganzen Sachen, die du eben auch ausprobiert hast, also was hat da am Ende, Stand heute zumindest, so eine gewisse Substanz in deinem Leben? Ja, das hast du wirklich gut gesagt, man stellt alles mögliche in Frage, aber was dann, weil wir kommen dann immer an den Punkt zu glauben, vor allem wenn wir jetzt sagen, so stell alles in Frage, klingt das wie, alles ist falsch, ist es ja nicht, man stellt nur in Frage, ist es richtig oder nicht, klar macht man dann einen riesengroßen Haufen Fehler und ganz viele Sachen falsch und sagt falsch und verletzt Menschen auf jeden Fall, nur was für mich einen festen Standpunkt hat und von dem ich weiß, das funktioniert, das bin ich und das klingt jetzt gar nicht wie so ein Kalenderspruch, warte, was ich damit meine ist, ich weiß, dass jeder einzelne Mensch da draußen sein wahres Ich hat, seine pure Version, von dem er immer gewusst hat, dass sie da ist, wenn wir klein waren und auf den Tisch gesprungen haben und gesagt haben, ich werde, wenn ich groß bin, Dinosaurier oder Meerjungfrau, diese Version steckt in und allen drinnen und was ich weiß ist, jede Person, die das will, kann die auch rausholen und kann nach ihr leben, weil eine Sache habe ich gemerkt, als ich diese ganzen Schichten von mir gelassen habe und diese ganzen Masken, das ist das Einzige, was ich gebraucht habe, um wirklich glücklich zu sein. All den Müll, der mir erzählt wurde, von mir zu lassen und mich mit mir zu beschäftigen und ja, da kommen viele dunkle Seiten hoch, sehr viel Trauma und Angst und Dinge, die mir erzählt wurden, die den Rest meines Lebens mich begleiten werden. Es geht nicht darum, die Angst loszulassen, sondern mit ihr Kopf über, wuh, rein. Aber ich weiß, je weiter wir gehen, desto mehr Schichten wir ablassen und von uns schmeißen, desto mehr finden wir zu uns selbst und das ist so die eine Sache, von der ich glaube, dass jede einzelne Person sie hat. Weil, eines habe ich auf meinem Weg auch gelernt, Monster werden nicht geboren, Monster werden gemacht. Ja, das sehen wir jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit sehr gut mit der ganzen Kriegsgeschichte, was jetzt gerade abläuft, weil das ist ja so, diese Menschen, diese Hamas, die jetzt sozusagen auf Basis einer Idee das Gefühl haben, das Richtige zu tun, so komplett das Richtige zu tun, Leute abzuschlachten, Kinder zu köpfen und mit der Idee, das ist das, was mich ins Paradies bringt und die Kinder auch, weil die sind noch unverdorben. Also das finde ich hat so, wie du gesagt hast, das ist so, dass eigentlich die Idee ist eigentlich der Krebs in unserer Gesellschaft. Also man muss sich irgendwann einfach so eingestehen, dass es einfach schlechte Ideen gibt. Es gibt nicht grundsätzlich schlechte Menschen, aber es gibt sehr viel schlechte Ideen, die gute Menschen zu sehr schlechten, dummen Dingen beeinflusst. Und deswegen sprechen wir ja auch über dieses Thema, wo du herkommst und wie du dich da auch langsam aber sicher rausgezogen hast, weil das ist schon etwas, was ich sagen kann. Also ich habe vor vier Jahren habe ich mal Cult Psychology, habe ich so einfach mal, bin ich da mal rein und habe mich da mal komplett damit befasst und da geht ja schon dein kompletter Selbstwert einmal zugrunde. Also irgendwo musst du ja zuerst mal komplett crashen. Also das komplette Gebäude muss einmal zusammenfallen, du musst einmal in der kompletten Verlorenheit baden, um dann überhaupt irgendwann wieder zu atmen und zu merken, okay, da gibt es etwas, wie du gesagt hast, das bin nur ich. Das ist immer noch da, selbst jetzt, wo alles weg ist. Und für mich hat es sehr existenziell geklungen, als du dieser Großmutter zugehört hast, weil sie hat dir zwei Sachen gegeben, die man braucht für Mut und Hoffnung. Zwei von drei Sachen, die ich auf jeden Fall so bei mir jetzt durch über 500 Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, immer wieder sehe. Es sind so drei Sachen. Es ist erstens mal, dass der Glaube, dass es da noch irgendwas gibt, was wertvoll ist und wertvoller als das, was jetzt gerade ist. Dass es da draußen bessere Werte gibt, als die, die ich jetzt gerade lebe. Und das hat diese Großmutter dir ja gegeben, dieses Gefühl so, hey, schau mal, ich habe das so gemacht. Dann das Zweite, was sie dir, glaube ich, auch gegeben hat, weil sie eben so aus Erfahrung gesprochen hat, sie hat dir das Gefühl gegeben von Selbstwirksamkeit, im Sinne von, ich kann das auch. Also nicht nur, es gibt es da, ja, es ist möglich, sondern ich kann es auch möglich machen aus meiner eigenen Kraft heraus. Das ist ja der zweite große Baustein, den Menschen brauchen, um wirklich wieder Mut zu schöpfen aus sich. Aber der dritte Baustein, und das ist dort, wo ich jetzt noch so ein Fragezeichen bei dir habe, Mia, so, du hast deine ganze Familie, deine Freunde zurückgelassen, Deine Sekte, wenn man so will, die dir Halt gegeben hat. Das dritte, was man ja auch braucht, ist das Gefühl, dass es da draußen noch Menschen gibt, in die gleiche Richtung gucken wie du. Also, dass es auch Menschen gibt, die diesen Weg zusammen mit dir gehen wollen, weil wir eben ja auch soziale Wesen sind. Wir wollen ja nicht alleine, allein, alleine. Wie lange warst du in dieser Phase auch wirklich Lone Wolf? Weil du hast ja vielleicht auch nicht allen vertrauen können. Oder gab es da so eine Person, die da, die du auch wieder an dich herangelassen hast, vielleicht auch? Also, das würde mich noch interessieren, so dieser Weg. Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und ich glaube, das ist so der härteste Schritt für alle, wenn sie wissen, sie müssen was ändern und dann stehen sie alleine da, weil es ist fucking hart, komplett alleine da zu stehen und nichts zu haben und niemanden zu haben. Weil bei mir war das ja so, ich habe alle verloren. Familie, Freunde, alle Menschen, die ich jemals kannte, waren weg und ich musste alleine sein und ich hatte niemanden. Ich hatte leider niemanden, der auf der anderen Seite, der mir die Hand gereicht hat und gesagt hat, komm mit, ich helfe dir, ich gehe den Weg mit dir. und lange ging das Gott sei Dank nicht. Ich weiß, ich bin da raus und ich glaube, der Schlüssel bei mir war, ich war an dem Punkt, dass ich gesagt habe, selbst wenn ich alleine bin, niemanden habe und die ganze Welt gegen mich ist, ich bin lieber alleine als bei diesen Menschen. Auch wenn ich unter bösen Menschen bin, die mich jeden Moment umbringen wollen, ich bin lieber dort als mit den Familie und Freunden, die ich damals kannte. Also kann man sich erst mal vorstellen, wie war es vorher, dass jemand sagt, das ist mir lieber und zweitens, ich war bereit, den Preis zu bezahlen. Ich war bereit, ich habe wirklich gedacht, dass ich den Rest meines Lebens alleine verbringe, irgendwie versuche zu überleben und meinen Weg gehe. Trotzdem war es für mich wunderschön, weil es für mich mehr Freiheit bedeutet hat, als das, was ich vorher hatte. Das heißt, mein bester Freund damals war der Gedanke von Freiheit, weil das, was ich gefühlt habe, als ich gesagt habe, in der Sekunde, als ich gesagt habe, ich lasse alles hinter mir, war das höchste Hoch, das man sich vorstellen kann. Das ist bis heute der schönste Tag meines Lebens, weil ich zum ersten Mal wusste, wie sich Freiheit anfühlt. Und wenn ich das einmal gekostet habe, es gab kein Zurück mehr. Und dann war mir wurscht, ob ich Freunde habe, ob Menschen da sind, ob sie mir helfen. Das war mir so egal, weil ich wollte nie mehr wieder zurück. Und das Schöne ist, ich war ja dann einmal offen und dann sind Menschen einfach in mein Leben getreten. Die tippen mich an, sagen, hey, du wirkst sympathisch. Also das ist dann danach, vielleicht so fünf, sechs, sieben Monate später passiert, nachdem ich die Dinge hinter mir gelassen habe, wo du dann auch das anziehst, was gerade zu dir passt. Nur bei mir war es, ich war absolut ready, alleine zu sein und wollte es genießen, dass niemand mehr sagt, was ich sein soll, wie ich sein soll, wer ich bin, was ist richtig, was ist falsch. Ich wollte genau das haben. Was würdest du jemandem, der jetzt gerade hier zuhört, raten, der sich jetzt gerade in so einer unterdrückenden, toxischen Umgebung befindet und sich nicht sicher ist, ob er oder sie da ausbrechen kann. Ich habe hauptsächlich mit Menschen zu tun, die genau in dieser Situation stecken. Gleiches zieht Gleiches an. Ich weiß, dass es nicht leicht ist und ich weiß, egal welchen Weg wir wählen, wir müssen bereit sein, das Gegenteil zu fühlen von dem, was wir wollen. Was ich damit meine ist, das einfachste Beispiel, du möchtest Fitnessstudio gehen und Workout machen, du wirst dich währenddessen schwach als Fuck fühlen. Oder du willst ein Business starten und Geld machen, du wirst dich auf dem Weg dorthin broke as Fuck fühlen. Das heißt, wenn du heilst und heilen möchtest, du wirst dich auf dem Weg dunkel und zerbrochen fühlen. Du musst bereit sein, das Gegenteil zu fühlen von dem, wo du hin möchtest. Wenn du das einmal ready bist und bereit dafür bist, wird es einfacher. Es wird nicht weg sein. Die Angst wird nie verschwinden. Nein. Aber wir verstehen unsere Angst damit. Das ist, was mir hätte helfen können, zu sagen, hey Mia, du hast Angst davor, allein zu sein, kein Problem. Während du Freunde suchst, wirst du dich super einsam fühlen. Bereitschaft, höre ich daraus. Bereitschaft, alles zu fühlen. Ja, geil. Ja. Was bedeutet Vergebung für dich und wie spielt sie vielleicht auch eine Rolle in deinem Leben aktuell? Ich glaube, dass Vergebung gut ist, allerdings dir nicht hilft beim Heilen. Was meine ich damit? Ich kann jetzt hingehen und meine Familie vergeben für das, was sie getan haben. Es ändert aber nichts an den Emotionen, die ich währenddessen gefühlt habe, die immer noch in meinem Körper stecken, die immer noch mein Leben leiten. Das heißt, bevor ich hingehe und allen Menschen vergebe, muss ich erst mal sagen, das ist mir passiert, das habt ihr mit mir gemacht und das hat fucking weh getan. Sehr guter Punkt, ja. Und wenn ich das getan habe, dann kann ich vergeben. Weil Menschen glauben, oh, wenn ich vergebe, dann ist alles weg. Die Emotionen stecken immer noch in dir drinnen und die können wir nicht wegvergeben. Die können wir nur wegfühlen. Und wegfühlen können wir sie nur, wenn wir einmal aussprechen, das ist mit mir passiert. Punkt. Weil du jetzt auch gerade gesagt hast, dass so viele Leute auch zu dir kommen und du das auch anziehst. Was ist denn so deine Intention hinter deiner Arbeit? Also was treibt dich an? Ich habe mein ganzes Leben das Gefühl gehabt, als diese Dinge mit mir passiert sind, ich mache das für jemand anders, um jemand anders zu helfen. Ich weiß nicht wieso, selbst als 8-, 9-, 10-Jährige, ich hatte immer das Gefühl, ich werde jetzt jemand anders damit helfen. Das heißt, die Intention, die ich haben möchte, ist so kleine Lampen anmachen überall. Überall sind so kleine Leuchtkugeln, die wir jetzt Stück für Stück anschalten können, damit sie aufwachen und sehen, was mit ihnen gemacht wird, dass es nicht richtig ist und dass es eine Möglichkeit ist. Ähnlich wie die Oma damals bei mir. Sie hat nichts Besonderes gemacht, außer mein Lämpchen angezündet und das hat ein Feuerwerk ausgelöst. Und das ist deine Absicht, die Lämpchen überall anzuzünden. Genau. Ich habe irgendwo gehört, dass du mal gesagt hast, dass Selbstvertrauen und Ausstrahlung nichts mit Aussehen zu tun hat. Ich würde dem widersprechen und sagen, dass es wissenschaftlich Evidenz gibt, dass es Leute gibt, die, also wenn Leute gut aussehen, dass sie zum Beispiel mehr verdienen, also attraktive Menschen verdienen durchschnittlich mehr. Da gibt es ja auch diesen Gender Pay Gap zwischen Mann und Frau, der da auch nochmal, also als Beispiel, das ist ja auch so etwas, was man sieht auf Statistikbasis. Den Grund kann man dann immer wieder ableiten, warum es jetzt so ist. Ist es jetzt, weil es eine Frau ist oder ist es, weil vielleicht eine Frau nicht so verhandlungsscheuer ist als ein Mann? Aber jetzt in Bezug auf das Aussehen würde es mich interessieren, wie du das meinst? Also wie genau kann man das interpretieren, deine Aussage? Ich sage immer, Ausstrahlung hat nichts mit Aussehen zu tun, weil wir sehr oft erleben wunderschöne Menschen, wie aus dem Bilderbuch, aber haben die Ausstrahlung einer Gurke. Aber wir erleben auch öfter Menschen, die vielleicht nicht dem westlichen Schönheitsstandard entsprechen, wenn sie in den Raum kommen, aber den ganzen Raum einnehmen können und ihre Ausstrahlung und ihre Art dich einfach anziehen und du mitlachen musst oder Geschichten anhören musst und das ist das Wichtige dabei. Es geht gar nicht um das Ergebnis, gar nicht wer erfolgreich ist oder wer super fit ist oder sonst irgendwas. Es geht nur um die Ausstrahlung. Dein Fuß in die Tür und der hat nichts damit zu tun, ob du geschminkt bist oder trainiert, sondern das ist das, was aus deinem Inneren herauskommt. Weil wir können alle wunderschön sein, wenn da drinnen das unterdrückt ist. Funktioniert es nicht. In deinem Leben wir scheißen auf alle anderen. Deine Ausstrahlung, was du für dich aus dir herausstrahlst, ist niemals von deinem Make-up abhängig. Weil ich habe das erlebt, Frauen sehen eine Frau mit wundervoller Ausstrahlung und glauben, sie müssten jetzt die gleiche Frisur haben oder welche Wimperntusche benutzt sie. Nein, die Frage ist, durch welche Hölle ist sie gegangen? Welche Glaubenssätze musste sie bearbeiten? Was hat sie verändert an sich, damit sie so strahlen kann? Und das ist etwas, was wir gerne in unserer Gesellschaft schwitschen können. Weil der Rest kommt von alleine. Wenn wir in die dunklen Seiten gehen und an den Glaubenssätzen arbeiten, du wirst schöner. Schlichtweg, weil du merkst, ich liebe meinen Körper und mein Körper hat verdient, gesund und fit zu sein. Punkt. Dir wird irgendwann mal Burger und keine Ahnung, ungesunde Schokoladen eklig, weil sie nicht mehr gut für deinen Körper sind. Aber wieso? Die Basis stimmt. Deine Energie stimmt dir gegenüber. Und das ist, was wir alle gerne verändern dürfen und mehr daran arbeiten. Ja, das ist ein schönes Beispiel dieser Attributionsfehler von Frauen, dass sie sich sozusagen auf die äußeren Features einer Frau stützen, wenn es um ihre Ausstauern geht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Männer angefangen haben zu trainieren, wegen Pumping Iron, wegen Arnold Schwarzenegger, weil der hat so ein krasses Charisma und dann denken alle so, hey, der hat einfach krasse Muskeln und ich kenne so viele Dudes, die halt wirklich nur pumpen und keine innere Arbeit machen und entsprechend dann auch, ja, also nicht entdeckt werden als der neue Hollywood Actor, weißt du so, sondern dann halt immer noch merken, hey, irgendwie bin ich immer noch verklemmt, irgendwie bin ich jetzt zwar big, aber irgendwie spreche ich trotzdem immer noch keine Frauen an. Das war ja auch bei mir so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich darf nicht nur Fitness nach außen tragen, ich darf den Leuten nicht nur zeigen, wie kriegst du den krassen Körper, sondern eben, wie kannst du dich auch als Mann selbstbewusst und zwar wirklich selbstbewusst im Sinne von nicht selbstsicher, sondern that's fucking me und ich muss, da ist kein Lag mehr zwischen dem, was ich sagen will oder dem, was ich jetzt gerade ausdrücken will und dem, was ich wirklich bin. Es ist nicht mehr so eine zweite Instanz, die alles zuerst noch abwägen muss, aber eben, wie du gesagt hast, da muss man zum Ersten auch mal durch eine Hölle und deswegen würde mich interessieren, wie bei dir so der Fokus ist, weil du jetzt einfach mal so ganz objektiv betrachtest, von außen habe ich das Gefühl, dass du schon auch Wert auf Schönheit legst und das Beauty ja bei dir auch ein Teil deiner ganzen Aufmachung ist, deiner Brand, deswegen, wie balancierst du das aus, die innere Arbeit und die Beauty-Themen und wo gibt es dort vielleicht auch in dir manchmal Widersprüche, wenn es welche gibt? Beauty und Aussehen, das ist ähnlich, wie du es gerade erzählt hast, bei dir die Sache, wo ich gedacht habe, ach, da muss ich mich zuerst darum kümmern und dann habe ich ganz viel Schönheitssachen gemacht in der Hoffnung, da werde ich selbstbewusster und vielleicht hast du es dann auch erlebt, so, nee, bist du nicht, so, was jetzt, was ist der nächste Schritt? Auf dem Weg dorthin habe ich dann gemerkt, okay, Schönheit und mich um meinen Körper zu kümmern und für mich da zu sein und Dinge auszuprobieren, ist Teil meiner Weiblichkeit, so genieße ist meine Weiblichkeit, ich genieße die Momente, wenn ich mich hübsch machen kann, wenn ich meine Haare machen kann, wenn ich Masken aufsetzen kann und all diese wundervollen Sachen, die wir Frauen gerne machen, genieße ich und ist Part meiner Weiblichkeit und was mir am meisten helfen konnte bei meiner Weiblichkeit, bei meinem Weg, war allerdings, mich um das zu kümmern, was die Menschen nicht sehen können, die Sachen, die man nicht überschminken kann und stylen kann und davor, glaube ich, haben die meisten Angst, also die meisten Menschen, die ich kenne, sind eher bereit, das neueste Make-up zu kaufen für 200 Euro, als einmal in diese dunklen Ecken zu gucken, weil es ist gar nicht schlimm, jede Person, die weiß, ich gucke mal in die dunkle Ecke, schaue, was da los ist, was passiert mit mir, das ist eine Arbeit von 15 Minuten, das tut weh, du heulst, du schreist, du weinst vielleicht und danach fühlst du dich, ach, und ja, ich weiß, wie ich aussehe, ich weiß, dass auch harte Arbeit darin steckt, genauso auszusehen, ich weiß auch, welche Wirkung das hat, auf andere Menschen und mein Ziel ist es, den Menschen zu zeigen, zu verstehen, zu geben, dass mein IQ nicht droppt, nur weil ich jetzt ein Lipgloss drauf habe und mein IQ droppt auch nicht, nur weil ich kein BH an habe, sondern wir viel mehr verstehen dürfen, dass Frauen können schön sein, sie können eine gute Beziehung haben, sie können erfolgreich sein, wortgewandt und weiblich zur selben Zeit, weil wir glauben immer, ach, die Karrierefrau, die kann ja keine Beziehung haben oder die Frau, die gut reden kann, oh, das ist ja bestimmt keine Mutter, die ist bestimmt alleine, die verdient kein Geld, also das ist immer so ein Ding, was wir aus irgendwelchen 90er-Jahren Filmen noch übernommen haben, womit wir jetzt langsam aufhören dürfen, was sagst du? Ich sehe es sehr ähnlich wie du, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass ich einen riesen Fluch in der ganzen Geschichte mit Schönheit sehe, weil ich es ja selbst auch merke, bei mir, es gibt ja den sogenannten Halo-Effekt, vielleicht ist ja das auch ein Begriff in der Psychologie, dass Leute, die gut aussehen, als kompetenter wahrgenommen werden und das wiederum hat in meinen Augen auch einen sehr faden Beigeschmack für mich selbst, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, fällt es dir einfach, Komplimente anzunehmen, mal so unter uns, ist es einfach für dich? Nö, das ist bis heute immer noch so. Ja, genau. Klar weiß ich, was ich antworten soll, aber es ist... Genau, ich habe das irgendwie in mir, dass immer, wenn ich Komplimente kriege, ich immer so das Gefühl habe, so mhm. Und mittlerweile habe ich aber rausgefunden, dass es nicht standardmäßig ein Default ist, dass es ist so, dass wenn ich Komplimente kriege von Menschen, die mich nicht zwingend wegen meines Aussehens oder wegen irgendwas, was ich schon vorher dargestellt habe, also Leute, die sozusagen mich nicht mal unbedingt mögen oder in irgendeiner Weise super toll finden, wenn die mir ein Kompliment geben, obwohl sie es gar nicht müssen, das gibt mir was. Aber wenn es dann halt eben ein Kompliment fürs Aussehen ist, dann fühlt sich das fast schon leer an. Weil eben, wie du selbst ja auch merkst, es ist ja dann nur deine äußere Hülle. Natürlich, wir machen einiges für unser Aussehen, aber ich mache es ja nicht nur deswegen so. Und deswegen merke ich das schon auch, dass wir da, ja, dass wir da auf jeden Fall auch selbst für uns uns immer wieder die Frage stellen können, so mit welchen Menschen verbringen wir Zeit. Und die Menschen, den Komplimenten wir wirklich auch gerne annehmen, das sind dann meistens auch gute Menschen, weil die können uns dann wahrscheinlich auch genauso mal sagen, wenn wir nicht am Start sind, wenn wir vielleicht mal, wenn unser IQ vielleicht nicht gedroppt ist, aber mal eine Aussage gefallen wird, die vielleicht nicht gerade unseres IQs widerspiegelt, den wir sonst haben. oder? Ja, das würde mich vielleicht nochmal so so eine Frage bringen, Mia, jetzt nach diesen ganzen Jahren. Und das ist eine, es ist eine spezielle Frage, deswegen kannst du dir auch Zeit nehmen. Und zwar, wer bist du wirklich? Ich würde sagen, ich bin die Mia, die, ich will nicht leuchtend sagen, weil es ist so ein ausgelutschtes Wort, ich bin eine Version von Mia, jetzt gerade hier, dieser Welt, die sich entschieden hat, Dinge zu erleben, die vielleicht anders sind, als das, was die Menschen in meinem Umfeld verstehen oder jemals verstehen können. und möchte daraus Dinge lernen und verstehen und umsetzen können, um sie dann mitzunehmen, wo auch immer ich als nächstes hingehe. Ich sehe das als eine Station, in der ich etwas lernen darf und verstehen darf und eine Aufgabe habe. That's it. Ich bin so, das ist mein, das ist mein, mein, wie nennt man das? Das ist meine Hülle. Ja. Und ich bin gekommen in dieser Hülle und ich werde genau in dieser Hülle auch wieder gehen. Das ist mein Ding. Und dann geht's halt weiter. Und wer ich wirklich bin, das kann ich dir verraten, wenn es dann vorbei ist. Wenn wir uns dann wiedersehen, kann ich dir das sagen, weil ich hab's vergessen. Auf was freust du dich in Zukunft? Ich freue mich auf diese ganzen Lichter, die jetzt eingeschalten werden, weil jeder von uns arbeitet daran, du seit langer Zeit, seit vielen Jahren arbeitest daran, viele Menschen aufzuwecken und ihnen zu helfen, ihr wahres Licht zu finden. Und es gibt immer mehr, die aufwachen und merken, oh, da stimmt was nicht, wie ich behandelt wurde. Und ich glaube, das wird richtig geil, wenn dann noch mehr von denen überall auf der Welt verteilt sind. Ich freue mich da richtig drauf. Und das ist gar nicht so weit weg. Es fühlt sich an wie, oh mein Gott, das ist noch tausende Jahre entfernt. Wir sind so nah dran. Wovor hast du Angst? Und momentan ist eine Angst, mit der ich kämpfen darf, ich meine, lernen darf umzugehen, die Angst gesehen zu werden. Ich bin nicht seit lange mit meiner Geschichte rausgegangen und der Zeit bei den Zeugen Jehovas und darf erst jetzt lernen, diese Angst gesehen zu werden, in diesem Bereich zu verstehen, umzusetzen, damit zu leben. Weil all das, was wir jetzt gerade machen, auch du gerade hilfst mir mit deinen Fragen dabei, das zu heilen. Weil es ist etwas Wichtiges, mit dem ich rausgehen sollte und muss und möchte und es macht mir scheiße viel Angst. Wovon braucht es mehr in unserer heutigen Welt? Du hast in der Mitte irgendwas gesagt, dass Menschen Ideen haben und manche Ideen komisch sind und ich würde sagen, was uns fehlt und was wir mehr brauchen, sind Intentionen mit dem richtigen Handeln. Was mache ich damit? Wie du gesagt hast, es gibt auf dieser Welt einen Jungen, der zu einer Waffe greift, weil er seine Eltern stolz machen möchte und auf der anderen Seite der Welt gibt es einen Jungen, der Anwalt wird, weil er seine Eltern stolz machen möchte. Beide haben die gleiche Intention. Die Handlungen dahinter sind verschieden und ich glaube, was wir alle mehr brauchen, ist zu verstehen, welche Intentionen hinter den Handlungen stecken und die Handlungen zu verstehen, die da passieren. Das heißt, was wir mehr brauchen, ist verstehen. Verständnis finde ich gut. Wovon brauchen wir weniger? Ich würde sagen, schlechte Filme. Ich weiß nicht, was los ist. In letzter Zeit sind alle Filme, die ich gucke, wirklich mies und die im Kino sind. Es fehlt so ein paar wirklich gute Filme. Was ist der letzte richtig gute Film, den du gesehen hast? Das war Air. Das ist die Geschichte, wie Nike damals entstanden ist mit Michael Jordan und ich fand das so inspirierend. Richtig guter Film. Geil, habe ich mir aufgeschrieben. Vielleicht noch abschließend, ich habe noch so ein paar so Fragen, die ich immer wieder allen Gästen stelle, die ich einfach cool finde, weil ich da immer wieder was raushöre. Die erste Frage ist, was tust du ausschließlich zum Spaß, was alle anderen Menschen in deinem Umfeld als reine Zeitverschwendung sehen würden? Okay. Ich würde sagen, es gibt jetzt nichts, das wo sie sagen würden, es ist Zeitverschwendung, aber es gibt ein paar Dinge, bei denen sie sich fragen, hä, wieso, wieso das? Und zwar für mich, ich hasse Haare waschen. Ich hasse es, meine Haare zu waschen. Das heißt, ich gehe einmal die Woche zum Friseur und die waschen mir die Haare. Und alle, denen ich das sage, sind so, warum machst du das? Das ist vollkommener Blödsinn, aber für mich ist das, ich tue das, ist mir egal, ich zahle das, aber es ist mein Luxus, der keinen Unterschied in meinem Leben macht. Und da habe ich schon öfter gehört, Mia, wieso tust du das? Das ist so meine Sache. Finde ich gut. Auf jeden Fall trifft es ziemlich, würde ich sagen. Alright, letzte Frage für heute, Mia, was ist eine Wahrheit, also etwas, was du für dich, eben durch diese ganzen Jahre jetzt, für dich als wahr und richtig und wichtig erachtest, womit dir nur die wenigsten Menschen stand jetzt gerade zustimmen würden. Also etwas, wofür du vielleicht sogar geroasted werden könntest von deinem Umfeld oder deiner Community. Bei mir ist der, ich habe den festen Glauben, dass jeder Schmerz irgendwann vorbei geht. Ich weiß, selbst wenn wir uns in den Finger schneiden, das hört irgendwann auf oder der Liebeskummer, den wir haben, jeder Schmerz geht irgendwann vorbei. Und ich treffe viele Menschen, mit denen das nicht resoniert, wenn ich das sage. Ich weiß nicht, ob das speziell an meiner Lebensgeschichte hängt, aber ich glaube fest daran, dass jeder einzelne Schmerz irgendwann mal vorbei geht. Der hält nie für immer an. Klar, manche sind mehr, manche sind weniger, manche sind länger, kürzer da, aber jeder geht irgendwann vorbei. Das lernt man im Buddhismus auch. Anice, das Gesetz der Impermanenz. Everything is coming and going. Das ist das, was du lernen musst, wenn du eine Stunde sitzen willst, ohne dich zu kratzen, wenn es juckt, ohne dich zu bewegen. Also das ist super, super wichtig und auch eine schöne Wahrheit, die dich auch befreit. Also das ist die, ich glaube, ein sehr befreiendes Wissen, wenn man das hat. Weil es im Umkehrschluss ja auch bedeutet, und das ist für einige ja auch nicht so einfach zu akzeptieren, dass eben auch all die schönen Sachen auch nicht für immer halten. Das kommt eben auch dazu. Das stimmt. Also manchmal ist man so ein Moment und denkt so, nein, der soll nie aufhören. Ich will den immer konservieren im Jetzt. Ja, mega schön. Vielen Dank fürs Gespräch, Mia. Hat mega Spaß gemacht. Danke dir. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir und ich mag die Fragen, die du stellst, weil die habe ich bisher noch nie gestellt bekommen. Du hast dich getraut, in so Richtungen zu gehen, wo andere sich noch nicht getraut haben. Aber ich bin dir sehr dankbar dafür, weil wie gesagt, das ist so auch ein Part meine Heilung und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.